Hallo liebe Eltern, hallo liebe Filifreunde. Ich wollte es nur mal vermerken, der Herbst beginnt und damit natürlich auch die Saison von unseren schönen Filischuhen. Und wer es noch nicht festgestellt hat, es gibt ja auch dieses schöne Mittelding bei Filie, nämlich diese wunderbaren Vlies gefütterten Modelle. Also ein leichtes Mittelding zwischen dem leere gefütterten und dem richtig warmen Winterschuh, den man auch sehr gut in die kühlere Jahreszeit mitziehen kann. Wir haben verschiedene Modelle da. Wie ihr wisst, ist die Verkaufszeit bei Filie halt nur nicht besonders lange, weil wir da auch mengenmäßig ein bisschen eingeschränkt sind. Aber wer Interesse hat und wer Barfußschuhe liebt, wer darauf steht, sollte sich also in den nächsten Tagen mal bei uns melden oder einfach mal uns besuchen. Ich verweise in dem Moment dann auch gerne auf unsere Rabattaktion in den nächsten 14 Tagen, 13% auf alles. Also wer es bis jetzt noch nicht gehört hat, der hört es jetzt an. Bis dann, tschüssi!